wait wie lange geht eine runde geht die bei 45 los oder bei 50 haben wir jetzt nur zehn sekunden verpasst oder fünf minuten und wird es okay sagen wir nur zehn sekunden verpasst oder dass das alle wisst ich habe ich merke mir das gar nicht keine ahnung wie lange so eine runde eigentlich geht also wo ich wisst was ich meine oder was lässt bauen hier nur der masse nach ein bisschen was wie findest du diese mal also es soll dann immer noch deine main map sind die irgendwie nicht so cool ich glaube diese vibe hat mich einfach capturing outposts auf shoreline so rausgehauen hat so ein hass entwickelt auf diese karte und lud der mäßig ja lud ist schade also das war immer richtig ich habe auch richtig gerne resort gefeiert da kunst du looten hat pvp war richtig cool aber irgendwie hat fühlt sich einfach anders an meine runden geht meistens zwei bis fünf minuten da ist eigener meiner runde lenken jetzt ist geil spiele ich auch super gerne deshalb relativ wenig los leider war erst mal einen halben liter iberogast in den hals kippen ups den ich die man schulern würden kann minu ein ordner 60 prozent laufen 30 prozent bluten zehn prozent freien gehst du check 15 ich gehe ja kein check 15 meistens weil ich die fights da so blöd finde okay das war auf jeden fall keins gell ja oder was schießen da jetzt das ist gehe ich überall hin außer check ich finde steckt einfach so dumm ich versuche jetzt einfach den zweiten skeff hier irgendwie zu killen komm 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 warum hat denn keiner so einen stim wie let's go einfach raus ja ich glaube die guns haben auf mich geschossen es war so wird von wo die auf mich schon geschossen kamen die schüsse das war jetzt einfach nur rauszukommen das ist ja jetzt ziemlich egal ob ich sterbe oder lese mir gleich alles durch leute ich bin gerade versucht die quest ist egal ja welcher busch hat es jetzt hier auf mich abgesehen um Ich hörte, du bist empty! Too bad! Nice! Das ging jetzt erstaunlich gut! Jetzt muss ich Lighthouse, oder? Early Mid-Wide ist wild, ja, was ich halt immer blöd fand, was ich glaube, was auch ein bisschen blöd war, dass so viele Asiaten unterwegs waren auf Shoreline gefühlt und die halt wirklich so obvius gecheatet haben, also wirklich so komplett, ja, und ich habe versucht, meine Ledex da zu finden und das hat halt so alles gar nicht geklappt. Ähm... Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!